Das Arboretum des Paisenen ist ein Arboretum auf dem Gebiet der französischen Gemeinde Don Piel-i-Ommes. Es liegt in der Region Burgund zwischen Charolles und Cluny. Jedes Jahr besuchen 25.000 Menschen das Arboretum, das damit zu den meistbesuchten Orten in Burgund zählt. Bestand und geschichtlicher Überblick Das Arboretum erstreckt sich über 27 Hektar um einen in der Mitte befindlichen See von 4 Hektar Größe. Der Baumbestand umfasst rund 450 Arten und Unterarten. Das Arboretum wurde im Jahr 1903 von dem Botaniker Philippe Luqueville-Mohren auf dem Gelände des Schlosses Odor gegründet. Nachdem das Arboretum nach 1923 praktisch aufgegeben worden war, wurde es 1935 vom Staat übernommen. Markierte Wanderwege erschließen das Arboretum der allgemeinen Öffentlichkeit. Galerie Européenne de la Forelle du Beuys An das Arboretum grenzt die Galerie Européenne de la Forelle du Beuys eine den Themen Holz und Nachhaltigkeit gewidmete Ausstellung, die seit ihrer Eröffnung über 150.000 Besucher hatte. Wanderwege erляt. Untertitelung des ZDF, 2020